Schönen guten Tag. Vielen Dank, dass Sie Interesse an unseren Unternehmen haben. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass unsere Internetpräsenz sich noch im Bau befindet. Es dauert noch eine Weile und dann können wir Ihnen mit all unseren Dienstleistungen dienen. Wir nehmen uns die Zeit für Sie, denn Zeit ist der Preis des Erfolges.